Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unseren Algorithmen und Datenstrukturen. Heute ein Thema, was ich schon mal gemacht habe, aber ja damals nicht ganz so schön präsentiert und vor allem auch nicht so ins Detail, wie wir hier gehen wollen. Denn wir starten mit der neuen Datenstruktur Graphen. Und Graphen sind eine so coole Datenstruktur, dass wir auch tatsächlich hier nicht nur die Datenstruktur behandeln, sondern auch einige Algorithmen drumherum. Denn die Algorithmen sind sehr spezifisch für Graphen und wir wollen uns die definitiv mal angucken. Und das ist so dann eine weitere sehr wichtige Datenstruktur. Und ja, das sind noch ein paar kleinere Sachen und dann haben wir tatsächlich so die Grundlagen. Okay, nicht mehr mehr die Grundlagen. Wir sind schon im fortgeschrittenen Teil, ich weiß. Aber von den Datenstrukturen sind wir demnächst am Ende angelangt. Und dementsprechend können wir uns dann auf richtig coole Algorithmen stürzen. Und da kann ich dann natürlich auch so viele vorstellen, wie ihr wollt. Und da könnt ihr mir gerne auch irgendwelche Vorschläge oder sowas schreiben. Also ja, go for it. Okay, wir wollen direkt anfangen. Okay, direkt nach einer Minute. Das ist ein Graph, meine Damen und Herren. Das ist schon tatsächlich alles. Das Video ist jetzt hier zu Ende. Nein, natürlich nicht. Kleiner Spaß. Aber ich möchte das mal ganz kurz ein bisschen erläutern. Das ist im Endeffekt ein Graph. Ein relativ einfacher Graph. Die Dinger können deutlich größer werden. Aber ja, das soll erstmal zur Illustration reichen. Und ich möchte mal ganz kurz motivieren, warum man eigentlich Graphen verwenden möchte oder verwenden sollte für spezielle Anwendungsfälle. Zum Beispiel schaut euch mal das hier an. Das ist so ziemlich das Standardbeispiel schlechthin. Wir haben einen gerichteten Graphen. Zu dem Wort komme ich gleich nachher noch. Der uns angibt, von wo wir starten und wo wir dann hinfahren. Zum Beispiel, beziehungsweise wo die Züge durchfahren. Das ist jetzt natürlich kein tatsächliches Real-Life-Beispiel. Wenn ihr das ganze Bahnnetzwerk allerdings modellieren würdet, hättet ihr einen Graphen. Auch Google Maps funktioniert über einen Graphen. Jedes System, was euch von A nach B bringt. Auch Logistikunternehmen arbeiten selbstverständlich mit Graphen. Alles, was irgendwie von A nach B über mehrere Zwischenhalte geht, arbeitet immer über Graphen. Und ja, deswegen ist es natürlich auch ein enorm wichtiges Ding für irgendwelche Navigationssysteme. Aber das ist lange nicht alles. Zum Beispiel haben wir auch schon in der Netzwerktechnik-Reihe, das habt ihr bei mir schon gesehen, was man eigentlich nach dieser Reihe hier gucken sollte, aber pscht. Ja genau, wir haben hier selbstverständlich auch die Möglichkeit, ein Heimnetzwerk oder ein PC-Netzwerk als Graph zu modellieren. Wer hat Zugriff auf was und welcher Rechner kann auf welchen welche Operationen ausüben. Das wäre auch ein wunderbarer Graph. Ein anderer Graph, der euch wahrscheinlich am einfachsten fallen wird zu verstehen und wahrscheinlich auch am nächsten liegt, vor allem wenn ihr noch nicht so viel mit der Informatik zu tun habt, das ist wahrscheinlich der Social Network Graph. Das heißt, ihr habt hier einen Graph und ein Pfeil bedeutet eine Freundschaft. Das heißt, ich bin mit Freund A befreundet und in dem Fall bin nur ich mit Freund A befreundet und Freund A ist nicht mit mir befreundet. Das wäre dann sowas wie bei Twitter zum Beispiel. Übrigens folgt mir ganz gerne auf Twitter. Dort gibt es auch immer mal wieder coole Updates und kleine Programmier-Programmer-Jokes sozusagen. Genau, das wäre so ein Graph auf Twitter zum Beispiel. Das heißt, ich folge Freund A. Freund A folgt Freund 1 und Freund 2 und Freund 2 von Freund A, also der hier unten, der folgt auf Twitter auch noch dem Freund 1. Dementsprechend hat man hier auch tatsächlich ein gewisses Netzwerk und man weiß, wer folgt eigentlich wem. Das lässt sich wunderbar als Graph darstellen und ist dementsprechend auch natürlich eine wichtige Datenstruktur, um ein soziales Netzwerk irgendwie sinnvoll zu modellieren. Ja, und ihr seht, Graphen sind eigentlich überall. Das waren jetzt nur drei Beispiele. Es gibt noch deutlich mehr Beispiele dafür. Versucht mal in eurer Umgebung auch wirklich Beispiele zu finden, wo Graphen eigentlich anzutreffen sind. Überall, wo man wirklich solche Beziehungen hat, die Beziehungen haben, die Beziehungen haben und so weiter und so fort. Das kann man wunderbar als Graph modellieren. Zum Beispiel auch eben in eurer Verwandtschaft oder sowas. All diese Dinge kann man tun. Okay, jetzt ein kleines bisschen Theorie. Was ist eigentlich dieser Graph? Beziehungsweise, was sind diese komischen Dinger? Im Endeffekt ist ein Graph wirklich auf das hier reduziert. Was ihr in diese Dinger reinschreibt, und die Dinger heißen übrigens Knoten, was ihr da reinschreibt, das bleibt völlig euch überlassen. Ob ihr jetzt ein PC-Netzwerk draus macht, ein Social Network, was auch immer ihr da reinschreiben wollt, all das passt in diese Knoten rein. Und ja, die Verbindungsdinger, die nennen sich Kanten. Das heißt, ich werde ab sofort von Knoten und von Kanten reden. Und so ist tatsächlich auch ein Graph aufgebaut. Wir können mehrere Arten von Graphen machen. Das heißt quasi uns überlegen. Und ich möchte jetzt hier mal nur die grundlegendsten Arten von Graphen euch zeigen. So ein bisschen. Denn ja, es gibt sehr viel, was man mit Graphen machen kann. Die Datenstruktur ist wirklich unfassbar flexibel. Ihr könnt die anpassen, wie auch immer ihr das wollt. Das ist nur quasi ein, hey, schau mal, das gibt es. Passt das genauso an, wie du es brauchst. Das gilt sowieso für alle Datenstrukturen, damit man so ein kleines bisschen Richtlinie hat. Und vielleicht kann man ja dann auch einige Algorithmen verwenden. Andere Algorithmen kann man vielleicht nicht verwenden, weil sie eben vielleicht nicht auf eure Datenstruktur dann speziell passen. Aber das, was wir hier gerade sehen, das ist ein gerichteter Graph. Und dieser gerichtete Graph, der ist gerichtet, weil wir diese wunderbaren Dinger hier haben. Und zwar diese Pfeilspitzen. Diese Pfeilspitzen geben eine Richtung an von diesem ersten Knoten hier. Also der hier auf der linken Seite. Ich nehme mal wieder hier meinen Laserpointer. Mein erster Knoten hier hat eine Beziehung zu diesem zweiten Knoten hier. Der zweite Knoten hat allerdings keine Beziehung zu dem ersten Knoten, sondern nur eine zu dem dritten und dem vierten Knoten. Und der dritte hat nur eine Beziehung zu dem vierten Knoten. Ja, und so funktionieren im Endeffekt gerichtete Graphen. Das heißt, die Pfeilspitze hier, die ist wirklich, wirklich wichtig. Es ist enorm wichtig, in welche Richtung diese Datenstruktur eben funktioniert. Das heißt, es ist wichtig, ob ich zum Beispiel YouTube Creators oder was auch immer auf Twitter folge, während es ist natürlich auch wichtig, ob YouTube Creators mir auf Twitter folgt. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Eine andere Variante der Graphen wäre zum Beispiel der ungerichtete Graph. Das wäre zum Beispiel eine Facebook-Freundschaft. Eine Facebook-Freundschaft hat eigentlich keine Richtung. Ich bin mit meinem besten Freund zum Beispiel auf Facebook befreundet und der wiederum ist natürlich mit seinen Freunden ein bisschen befreundet. Und ich habe natürlich nur einen Freund. Ich bin Informatiker, ist ja ganz klar. Aber diese Beziehung hier, die ist in beide Richtungen. Man hat nicht nur eine Richtung als Beziehung. Das heißt, da ist eine Gleichverteilung drin. Das heißt, man hat hier nicht wirklich einen Unterschied. Während man kann es auch anders darstellen. Je nachdem, welche Datenstruktur ihr habt, wird euch die eine Variante der Darstellung vielleicht besser gefallen oder die andere. Diese Darstellung hier zeigt so ein bisschen, die beiden sind wirklich genau gleich. Während diese Darstellung hier, die zeigt so ein bisschen, okay, es gibt eine Beziehung in beide Richtungen. Da könnte man sich dann tatsächlich auch vorstellen, dass das hier, das nennt sich bidirektionaler Graph, aber normalerweise auch ungerichteter Graph, wenn es auf alle gilt. Das heißt, wenn es immer zwei Pfeile oder einen Pfeil in beide Richtungen gibt, dann ist es eigentlich auch ein ungerichteter Graph. Und ja, das kann man auch tatsächlich verwenden. Und das ist auch tatsächlich sinnvoll in manchen Fällen. Zum Beispiel ein Zug von Basel nach Freiburg. Der wird normalerweise nicht nur in eine Richtung fahren, sondern in beide Richtungen. Und ja, dann nimmt man natürlich einen beidseitigen Pfeil. Okay, weiterhin gibt es sogenannte Zyklen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den gerichteten Graphen, denn es gibt zyklische und adzyklische Graphen. Das ist für die Algorithmik sehr, sehr wichtig, denn man weiß teilweise nicht, oder manche Algorithmen funktionieren einfach nicht bei zyklischen Graphen, weil die eine gewisse Eigenschaft haben, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Das hier ist ein adzyklischer Graph, weil ihr tatsächlich von diesem Knoten hier nirgends mehr zu diesem Knoten kommt. Und das gilt für alle Knoten. Ihr könnt von einem Knoten nicht mehr wegkommen. Das heißt, wenn ihr hier seid, ihr habt nur die Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Ihr habt von hier nur die Möglichkeit, hier oder hier rüber zu kommen. Und von hier nur die Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Ihr kommt nicht mehr zurück. Ein zyklischer Graph hingegen hat diese wundervolle Eigenschaft hier. Das heißt, ihr habt ab sofort die Möglichkeit, im Kreis zu laufen und dementsprechend auch euch unendlich häufig in dem Graph zu bewegen. Wenn ihr jetzt mal überlegt, diese Kante hier, die hatten wir gerade eben nicht. Wir konnten, selbst wenn wir hier gestartet sind, maximal drei Schritte gehen. Nämlich einmal hierher, hierher und hierher. Jetzt können wir unendlich viele Schritte gehen. Und zwar ganz einfach, weil wir hier einfach so lange lang laufen können, wie wir wollen. Wir können hier anfangen, dann können wir hierher gehen, hierher, 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 hierher. Und irgendwann gehen wir mal hierher. Trotzdem ist das Ding ein zyklischer Graph, weil ihr unendlich Schritte machen könnt innerhalb dieses Graphs. Und ja, dann habt ihr, also wirklich unendlich, nicht sehr, sehr viele, weil es ein sehr, sehr großer Graph ist, sondern wirklich unendlich Schritte, weil ihr im Kreis lauft. Und dann habt ihr natürlich einen zyklischen Graphen. Ihr könnt euch vorstellen, warum das für die Algorithmik ein Problem sein könnte. Aber normalerweise hat man, oder häufig in der Praxis hat man leider Zyklen drin. Ich meine, überlegt euch mal, wenn jetzt euer Freund B, also euer bester Freund von mir aus, ihr seid der Knoten hier und euer bester Freund hat jetzt natürlich einen Freund, der da. Und der darf nicht mehr mit euch befreundet sein, weil ihr natürlich so eine Relation habt. Das macht für ein soziales Netzwerk überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich einen zyklischen Graphen haben, um zu erlauben, dass Freunde von Freunden auch mit mir befreundet sein dürfen. Ja, ein bisschen schwierig. Ich darf natürlich folgen, wem ich möchte, zum Beispiel auf Twitter. Und dementsprechend darf auch derjenige, dem ich folge, folgen, wem er möchte. Das heißt, hier muss man zyklische Graphen haben. Und auch zum Beispiel beim Routensystem. Das heißt, wenn ihr von Freiburg nach Berlin wollt, es gibt unendlich viele Routen. Ihr könnt theoretisch von Freiburg nach Stuttgart, nach München, nach Freiburg, nach Stuttgart, nach München, nach Freiburg, nach Stuttgart, nach München fahren und dann nach Berlin fahren, wenn ihr das wollt. Aber ob das so sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber Zyklen sind etwas, die man, naja, das findet man schon relativ häufig. Und es gibt noch eine Spezialform von Zyklen und das ist die sogenannte Self-Loop. Die Self-Loop ist tatsächlich eine Schleife auf dem Graphen selbst. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit mir selbst befreundet sein, beziehungsweise mir selbst folgen auf Twitter. Und dann müsste aber auch der Account, der mir folgt, auf Twitter wieder selbst folgen. Das heißt, ihr seht, hier eine Self-Loop auf Twitter zum Beispiel, das macht relativ wenig Sinn. Auch im Freundesnetzwerk mit mir selber befreundet zu sein, macht auch relativ wenig Sinn. Allerdings von zum Beispiel Freiburg nach Freiburg zu fahren, macht durchaus Sinn. Denn, ja, ich kann ja zum Beispiel innerhalb von Freiburg auch fahren. Und wenn mir das allerdings nur als Stadt dargestellt wird, dann fahre ich von Freiburg nach Freiburg, nach Freiburg, nach Freiburg, nach Freiburg Aber auch da macht es eher weniger Sinn. Man kann sie auch rauslassen. Ja, und so kann man sich im Endeffekt mal Graphen vorstellen. Das sind so die Grundbegriffe, die wir hier auch weiterhin brauchen werden. Es gibt noch einige andere Dinge, die wir uns angucken wollen und die schauen wir uns dann in den nächsten paar Videos an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und wir hören uns. Bis dann. Ciao.